We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Moin Moin und rein da Abfahrt Ich kann das alles nicht, warum mache ich das an? Was ich jetzt fühlen würde, wäre Ein Händler, mit dem wir Oh, man kann nicht mal über einen so kleinen Stein drüber laufen Jetzt klebt der Scheiß wieder im Baum, etwas unerträglich Oh 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 Ich will doch einfach nur in Ruhe fressen, Digga, warum muss das Leben so kompliziert sein? Ich kann nicht wieder warten, bis meine Pizza kommt Okay, warte mal Ja, alles klar Ja, da ist halt beim Ja, das hat, also da, äh, 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 äh Der Name, guck mal, wie du hier das ganze Bild versaut hast, Mann Digga, guck dir, guck dir, guck dir diese W*** an W, 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 Digga, was ist das für ein sch*** Name, Junge, guck dir das an Du versaufst das ganze Bild Nobody wanna see us together, but it don't matter Lola scheint müde zu sein Lola, bist du müde? Nö, eigentlich nicht, halt Du bist einfach nur ungeschminkt Mann, das ist so bitter Das ist halt wirklich drudge Ich schwöre auf meine Toten! Trimax! Ich schwöre auf meine Mutter, Kudeng, ich bin mit Trimax in einer Runde Mika! Ich hab mit Trimax gespielt! Ey, das ist halt zu laut im Hintergrund, das geht nicht Adrian, du musst du sehen, wie du da bist Dann schreie ich dich an und stumm dich Boah, 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 da kannst du immer so wegen der fitte Musik Wenn du keine scheiß Musik anmachst, das nervt beim Zocken Dann machst du eine andere Privatleben an, nein, gar keine Trimax Annehmen! Trimax Ne, annehmen! Trimax Trimax ZUGRECH Trimax Is she crack? Wie ist die Stimmung hier? Hier Hier We Go Elijjela Wo ist das? Wisst ihr wo der ist? Ey, nicht schießen! Ich werd angeschossen, du hast jemand mitgebracht! Verräter 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 Bruder, das skelett sich nicht aus wie Sascha Digga, hört auf das zu sagen, Junge Der sieht nicht aus wie Sascha, Mann Ich sag mal, sie haben beide dieselbe Hairline Aber ansonsten ist da jetzt auch nicht so viel gleich Die haben gesagt, wer ist unten und meint, ich sag's heute meinen, die kennt ihr nicht, meine ich unsere paar Schmeine sind ja mit den großen Naselöchern Ja, hat sich gesagt Wurmabiler bei Kairos Leben Ja, super Okay, komm Ich kann dich ein bisschen rubschieben, wenn du magst Scheiße So, Herr Enes Mittagessen Guten Appetit Komm mal ran, mein Jung, ich will dir was erzählen Komm mal ran, hier aufgeräten Nein, nein Ich werd vertraue dir gar nicht Komm mal hier Entschuldigung, haben Sie eine Powerbank hier? Ja Deutsch? Mein Kollege Deutsch? Ja Chinese? Nein Oh, Francais? Was? Francais? Wieso? Sie sprechen auch Deutsch Haben Sie doch gerade gefragt, Powerbank Nee, ich hab's da mitbekommen Ich hab's da mitbekommen Ja, haben Sie gut gemacht Da haben Sie mich durchschaut Miau, miau, miau Aaaaaaah Oh, mein Herr Kräum Oh, mein Herr Kräum Oh, mein Herr Kräum Oh, mein Herr Kräum So, like Are you just a user or a monster or something? Monster, yes You're a monster? Yes, German monster Oh, nice Oh, was ist das? Zulassen Ja, komm Ich drück auch noch auf Zulassen Und ich grad gelast, Christmas gerigrollt Nun kommen wir zu Zuschauerfragen mit Fibus Und Rohrat Ja, dann hatte ich noch ne kleine Frage Ja? Wie groß ist Selbstmanns? Digga, wie er sich selber kaputtlacht und rausgeht Digga Oh, hat eine Sache noch, ja? Hm? Ich wollte dir schon immer ein High-Five geben Gib High-Five, mein Bruder Oh, okay High-Five, mein Bruder Ey, hallo! Hör doch mal auf, Digga Ich schwöre dir, ja Oh, nein! Okay, Phoebe, aber eigentlich, wer denkst du denn bist? Starbucks Sei mal ehrlich Robert, viel krasser als du Wer bist du? Geh mal zurück in Küche bro Ey Das sind nicht... davon Distanz Das sind deine Wüher Ey, das sind nicht meine Wüher Hast du mal gesehen, wie viele da warten? Ne Jo, was gehtدh? Willi, dein Herz pumpt Blut. Wahr oder falsch? Falsch. Notaufnahme. Spaß. Mit dem Wichser diss ich mich. Das müsst ihr euch gerade vorstellen. Mit diesem Wichser, mit diesem Typ hier. Schaut es euch ganz genau an. Mit diesem Typen, mit diesem Typen diss ich mich gerade. Wie kann ich diesen H*** und Sohn ernst nehmen? Wie kann ich diesen H*** und Sohn ernst nehmen? Sagt es mir. Der Eifachdigger, da seht ihr, wie sein Leben ist. Er hat einfach nicht ein Tempo-Taschentuchpackung vor seinem PC. Er hat einfach zwei Tempo-Taschentücherpackung, digga. Weil er ganz genau weiß, sein Leben besteht aus M****n, digga. Ja. M****n, die leise. M****n, die leise. Outta! Vielen Dank.